Wie war es aus deiner Sicht? Ja, es war eigentlich ein ganz gutes Rennen. Die Strecke ist schon ganz schön mitgenommen, schon ganz schön schlammig, aber das trifft jeden. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich einfach zu blöd war und erst falsch abbiegen wollte. Aber gut, das hat mir jetzt nicht die Medaille gekostet, aber ärgerlich war es trotzdem. Tio, 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 Tio! Ja, sonst war es ein tolles Rennen wie immer bei den Deutschen Cross. Wollt ihr immer nicht als nächstes? Ich hoffe, nächste Woche bei einem bayerischen 10.000. ...